So Leute, ich bin jetzt heute hier mit Chris und zwar filmen wir jetzt heute für euch ein Bizeps-Training, halt wirklich ein Masse-Bizeps-Training mit schweren Übungen, schweren Wiederholungen, 8 Sätze, das machen wir ca. 2 mal die Woche, oder? Ja, auf jeden Fall, 2 mal die Woche. Und wir hauen ca. 8 Sätze raus, das heißt, das Ganze wäre in einer Viertelstunde machbar und ich garantiere euch. Was denkst du, wie viele Zentimeter die Leute da draufpacken können, wenn sie das konsequent mal 2 Monate lang machen? Also wenn wir von einem Fließplan reden, geht auf jeden Fall 1,5 Zentimeter sind auf jeden Fall garantiert. Ganz sicher, vor allem bei den Übungen, die wir heute machen, die Sätze, die wir abbilden, wenn ihr das umsetzt, 1,5 Zentimeter garantiert sind. Genau Leute, das heißt, jetzt filmen wir mal die ersten Übungen bei mir und dann filmen wir die nächsten Übungen beim Chris ab. Das sind jetzt Cheat Curls, Leute, wir können jetzt hier mehr Gewicht verwenden. Normalerweise curlt man schön so hoch und runter, ja? Ich mach's mal vor. Schön hoch, runter, hoch, runter. Was wir machen ist, wir nehmen hier den Schwung mit, dass wir sich unter 30% mehr Gewicht bewegen können und lassen dann so ab, ja? Also, wir schwingen hoch und schieben einen Ellenbogen nach vorne und lassen ab, ja? Und wirklich hier maximal viel Quink oder Position drin zu haben und dann den Muskeln, weil nach unten gehen, kaputt zu machen. Und zwar stehen die hier runter, gehen dann hier vorne runter. Zieht viel krasser rein, alle schauen. Zieht viel krasser rein, das geht so vorne rauszulassen. Ich gehe brutal hier rein. Ihr werdet spüren, ca. 2-4 Sätze. Und irgendwo zwischen 6 bis 8 Wiederholungen. Das soll jetzt das Ziel sein. Machen wir Hammer Curls. Schau dir mal. Die Unterarme. Ich hab' mir mal so gegriffen, jetzt greifen wir einmal so. Ja, mit dem Trieze war eine Spannung warm. Ja genau. Ich hab gerade mit Chris noch gesagt, Leute, er soll die nächsten Trainings, solange er noch stärker ist als ich genießen, weil ich bin halt wieder am Kommen. Das Ding ist, dass ich einmal der Spitze bin, dann gebe ich das nicht mehr, das war schon immer so. Eine Sache ist nicht schlecht, das kann ich nicht in den Stress geben, ich wollte es zunächst wieder definieren, aber solange ich stärker bin und bleibe, renne ich auf jeden Fall weiter auf Maske. Und jetzt zeigen wir uns gleich noch die dritte Übung, okay? Show me the money, show me the money, it's all about the lifestyle. Schaut mal, gerade und eindrehen. Money, show me the money, it's all about the lifestyle, it's all about the lifestyle. Show me the money. Okay, Leute, das war's für heute, Meg ist beim nächsten Mal ausnahmsweise kurz und knackig. Es ist noch sehr viel geplant, auch im Bereich Training jetzt in der Zukunft und Chris mit Max steht sehr viel an. Und noch was Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr ein Video haben wollt, ob es möglich ist, dass der Chris natural ist. sein kann nach FFMI-Richtlinien. Und abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt im Bereich, was sind auch die größten Fehler bei den ganzen Übungen. Was sind die ganzen Maske, wie müssen natural Leute trainieren, also nicht wie die ganzen Stoffe und so. Also da haben wir einiges auf Lage für euch. Und zwar, was in der Praxis funktioniert, aber auch in der Wissenschaft. Wir kombinieren die zwei Punkte. Die ganze Fitness-Food und Style-Welt in einer Box. Mehr als 10 Produkte im Wert von über 40 Euro plus zahlreiche Gutscheine und Rabatte. Alles in der Überraschungs-Fit-Style-Box. Sicher dir jetzt deine.